willkommen zurück bei father and son play for fun und ich weiß ich bin verdammt spät dran und deswegen gibt das hier heute eine richtig kurze runde aber nichtsdestotrotz wird natürlich erstmal der hund gestreichelt denn so viel zeit muss sein so jetzt wo wir das erledigt haben checken haben wir eben die aufgaben für heute mal ins bild drehen so okay das vorbesuch nicht spieler charaktere bewusstlos geschickt nein kräuter verkauft okay angeln machen wir auch nicht auch das machen wir nicht und das machen wir auch nicht kopfgeldjäger adlauge benutzt verstärkt ist das so drei stück nein wird nix speziallagereintopf zubereitet lagern töpfe gegessen und perfekte tierkadaver gespendet schau mal garten finden vogeleier will blumen trunken in einem anderen agiert einrichtung geändert und store mission hier fotografieren und pheromone ja dann würde ich mal sagen die schwere nummer hier drei eintöpfe essen einmal mensch gut egal wie spät bis drei kann ich noch soeben zählen und jetzt das spezial ding damit ist die aufgabe erledigt und die serie geht weiter und jetzt noch den dritten er hat platz und was pferdchen ran pfeifen die knarre wechseln hier perfekte tiere da wäre ja irgendwie also klein schiene hasen oder gute hände finde ich toll zu groß dürfen hier nicht sein wenn er kein platz mehr wenn ihr kein druck händchen ist und der ist leider nicht perfekt dann wird das schon schwieriger auch nicht perfekt auch nicht das gibt es doch nicht ja dann jetzt gleich nach wellentine erstmal ein paar kräuter verkaufen da sehe ich dort ruht däntchen und der ist auch nicht perfekt eine fleiß aufgabe hier heute das hört sich nach stress an können wir nicht gebrauchen zwei sterne ich drehe durch hier ach jetzt kommt er auch noch hier hin ja müssen wir ja abziehen können wir nicht liegen lassen ja dann auch nach wellentine impact roter verkaufen dann öffnen wir nein dann geht's denk ich zur schwarz brennerei dann öffnen wir da eine karte für taro karten was wir heute auch vielleicht nur ein halbes stündchen was machen das ist ein bisschen gold abstauben hier natürlich mal eben um die ecke da ist heute nix wenn ich jetzt hier schon ein paar karten gefunden hätte würde ich nämlich eine andere aufmachen da oben ist nämlich schon eine hier ist auch was ja gut dann haben wir jetzt schon gleich zwei karten dann machen wir die landkarte natürlich nicht auf sonst ist hier nichts dann werden wir an anderen stillen garantiert was finden hier oben ist die nächste hier kann man kräuter verschnacken tja das ist eine gute frage das braucht man denn nie riesen schön pilze findet man auch mal genug aber ich hab doch bestimmt irgendwo sind die dinger hier die anderen tage nur das vanille blume prärie mohn da die schnee glöckchen immer ein paar verschnacken dann verkaufen wir jetzt hier auch nochmal eben das bären für was soll man da sonst mit oder und hier liegt auch noch irgendwas im hotel das ist immer gefühlt im letzten zimmer nein diesmal nicht so wie gesagt heute wenn sie so ein bisschen was abstauben hier so moment 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 da hinten kann manchmal auch noch eine taugkarte sein hier im zelt auch das wäre auch zu vieles guten gewesen na komm wir versuchen es mal eben bei der bei unserem ehler des vertrauens an der ecke da kurzen schluck trinken hier aber da das ist da da die sollte gar nichts darum ist auch keine passend andere halten dann geht das auch hier hinten ist manchmal auch eine versteckt schlecht angeritten egal aber ich sage so wie ihr kein bock jetzt hierfür eine karte lichte mache ich ja keine land also für eine taoka landkarte mehr auf so das auch erledigt noch so was wollten wir denn sonst noch als sammler vogeleier fünf stück ja komm wir machen das ja hier ist das immer schlecht aber vielleicht machen wir hier mal für wildblumen auf oder jetzt war sie auch warum weil es ganz bescheiden verteilt dann ist das so aber so ein bisschen was müssen wir heute auch erledigen hier oder sowas finden oder das perfekte wir uns auf jeden fall ans pferd und dem erzieben muss verlor die ohren wie gesagt ich werde heute nicht die neuen rollen herausforderungen erledigen sondern irgendwo halbe stündchen spielen ja schaffen wir so wie gesagt opossum oder ein waschbären würde ich jetzt noch mitnehmen ja auch ein hasen spielt keine rolle oh perfekten fuchs würde ich auch mitnehmen muss man natürlich erwischen oh da hinten gibt es eine fallspitze würde ich sagen ist denn überhaupt die pflanze hier ach da ok 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 naja hab ich jetzt einen Rutan gehört aber wo steht das pflänzchen zwei sterne und da weg auch nur was wächst denn hier überhaupt ist klar haben wir auch schon gefühlt 100 mal und jetzt eben hier rüber ebenso kleingetier oder wie gesagt einen es gibt es auch nicht ich noch irgendwie ein hasen waschbären irgendwas was man so ans pferd hängen kann hab das gehört ich hab's gehört und gesehen und ich glaube wir müssen fotografieren ja dann hauen wir uns mal eben ein tantonic um rein kamera raus und hoffen also hoffe ich dass das der bieber ist ne das war er gar nicht was ist denn der muss doch hier irgendwo sein das fährt zu schnell und das ist es sobald die einen angreifen dreht das pferd durch und dann kann man nicht mehr fotografieren noch mehr dann ist er gleich weg ich wollte nur fotografieren das ist wenn man schön machen will ne ist der da ne ist der hin ach dann leck mich doch an der füße dann eben nicht also der hat jetzt sowieso hier in die ecke verlassen da habe ich jetzt auch keine lust zu können sich um alles kümmern ohne ist jetzt das pflänzchen und dann sehen wir zu dass wir hier weg kommen also ich bin so kürzlich sowieso sehr gut dann da reite ich doch nicht hin doch lieber eine schnullreise das sieht schön aus so dann schnell reise dann wird das eben nix mit dem bieber da wobei der zug ist ja hier abgefahren das nehmen wir natürlich mit hier dann nix wieder entnehmen das pflänzchen holen da sparen wir uns heute das hallo sagen sagen so weit war das so gar nicht versteckt auch nicht schlecht so landkarte weg jetzt können wir gucken wo ist die madame und für alle die es wissen wollen heute ist sie hier dann geht es jetzt erst zurück nach hause immer beim liebchen ab genau müssen noch vier perfekte das nicht so einfach zumal ich hätte lieber irgendwie so druck hähnchen oder so gucken wir jetzt mal eben ob dahinten paar sind was haben wir hier das gibt es ja gar nicht ach kinder wolf habe hier gar kein bock geht nicht immer nach bocken aber ja dann geht es eben zur schwarz brennerei da eben die einrichtung ändern das taschenhörnchen nehme ich immer mit da sagt man ja nicht nein dann spenden wir das auch noch bestellen jetzt die vorräte dass er weiter arbeiten kann gleich auf zur schwarz brennerei jetzt könnten wir natürlich mal eben hier gibt es schon mal sinn die karte für vogel eier aufzumachen wenn wir irgendwo gänse oder enteier sind dann hat man die fünf stück ja relativ schnell zusammen da könnten gänse oder auch richtig bescheiden verteilt oder das hier ist ja eine katastrophe okay 1 2 wo sind andere das ist ja mega verteilt und über die karte sieht ja gar nicht aber hilft ja nix ja zur schwarz brennerei will ich gleich sowieso noch mal zurück vielleicht ist wieder dieses komische schwein da dann ändern wir mal eben die einrichtung und dann haben wir ja ein bisschen was geschafft und die serie ist eben fortgeführt wer hat da bock und kommt die noch hinterher gerannt wer ist das ja komm doch dass die immer so einen stress machen müssen oder ist ja wenn ich sie perfekt auch nicht ja und habe ich aber nicht so viel glück ja heute muss ich den trotzdem auch wenn ich das nicht am lager abgebe das kann man nicht liegen lassen so wenn jetzt perfekte gänse säßen ne ne da wollen wir mal gucken naja und da direkt alle fünf genommen sehr gut Dann können wir uns nämlich die anderen sparen. Dann ändern wir eben die Einrichtung. Aber das Gold, das kann man ja mal eben mitnehmen, ne? Und dann können wir uns die anderen sparen. Dann können wir uns die anderen sparen. Dann hätte man noch ein perfektes Tierchen gehabt. Aber das versuche ich jetzt auch so hier noch zu finden. Da zum Beispiel. Das sollten wir wirklich noch schaffen, oder? Meine klar, ein perfektes, äh, ein legendäres Tier. Das wäre auch noch gut. Eben einmal die Pheromone nutzen, anschließend fotografieren. Das wäre schon nicht ganz schlecht, aber... Wie da irgendwo ein Waschbärchen rumläuft. Silberdachs, ja der geht auch. Dann machen wir auch zwei auf die Socken ab nach Hause. Das war's. So, jetzt noch ein perfektes Tierchen. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich brauch doch nur einen Drutern oder sowas. Oder ihn hier. Ja, das machen wir jetzt so. Dann bleibt er nämlich perfekt. Dann bleibt das Bärenfell halt hier. Und, äh, um die Mission hier kümmere ich mich nicht mehr. Dann geben wir das schneller ab. Dann haben wir das nämlich auch erledigt. Oh, essen wir mal eben noch was Gescheites. Wie viel Zeit haben wir jetzt schon? Jaaa, 35 Minuten fast. Wie immer, ne? Mal eben kurz den nicht setzen. Mal eben gucken, ob wir hier noch in der kalten Ecke den Marmorfuchs da finden. Dann können wir noch im Sphäromon ansetzen und mit Glück ihn eben fotografieren. Wo wir gerade hier sind. Holen wir uns natürlich eben das Ei. Jetzt muss er hier um die Ecke sein. Da ist es. Okay. Wo ist das denn da? Letzte Chance. Ich weiß nicht, ob der legendäre Bison da ist. Für 4$, das ist egal. Ich weiß nicht, ob der Bison da ist. Noch höre ich nichts. Schade. Ist vielleicht falsche Uhrzeit, aber ganz sicher, das kann sich ja keiner merken, wann, wieso, weshalb, warum. Was fehlt uns überhaupt? Ja, die zwei Sachen. Da, legendär ist hier fotografiert und Pheromonen. Dann hätten wir tatsächlich alle 9 geschafft. Boah, das ist ja ärgerlich. Boah, das geht ja gar nicht. Dann versuche ich es jetzt hier. Also jetzt, ne. Für mal eben noch das Pheromonen nutzen und ein Foto schießen. Da muss man sich ja hier umgucken. Ja, ist das falsche Wetter. Da ist tatsächlich das Wetter, das ist es nicht. Das sind ja so die üblichen Stellen. Aber dann ist das eben so. Was haben wir jetzt hier? Ich denke knapp unter 40. Ja. 40 Minuten ist auch lang genug. Ich hoffe, ihr hattet wie immer euren Spaß. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Oh, da ist noch was zum Ausbuddeln. Ja, das machen wir eben. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Da. Aber das hier. Das nehme ich jetzt noch mit. Mal für Lau. Dann Yau. Dann haben wir eben nicht alles geschafft. Ab geht's. Wir beginnen immer im Lager und es endet auch im Lager. So. Und nochmal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Kommen wir uns jetzt wieder. Bei einem Vater und Son. Play for fun. Tja. Tja. Tja.